Watt Brothers ist ein gut besuchtes Kaufhaus mitten in Glasgow, das eine breite Warenpalette anbietet. Das Kaufhaus besitzt weitere Filialen in den Vororten. Das Hauptlager, zu dem alle Ware geliefert wird, liegt im Vorort Govan. Hier wird eine Menge Ware angeliefert, die zur Belieferung der einzelnen Läden umgepackt wird, wobei eine große Menge an Verpackungsabfall, vor allem Pappe anfällt. Daher wurde eine Miltec 509 aufgestellt und die mit deren Hilfe gepressten Pappballen werden einmal pro Woche von einem Recyclingunternehmen kostenlos entsorgt. Früher benötigte man zwei Abfallcontainer, die dreimal pro Woche geleert werden mussten. Jetzt ist nur noch einer erforderlich, dessen Inhalt einmal wöchentlich entsorgt wird.